Wie finden wir kranke Kühe? Sie sehen jetzt hier eine sehr schön liegende Reihe von Kühen. Diese Kuhreihe ist gesund. Diese Kuh hier traut sich nicht hinzulegen. Sie sehen das angewinkelte Bein, Sie sehen den runden Rücken hier oben. Das heißt also, wir erfassen mit der Kopfbewegung, mit der Geschwindigkeit des Laufens und den anderen Parameter wie Fressen und Liegen, erfassen wir die Flauengesundheit der Kühe über einen Lahmheitsindikator, Bewegungsindex. Das heißt also, wir erkennen sehr früh und genau die Lahmheiten. In diesem Beispiel sehen Sie jetzt mal, hier werden Sie informiert über die Kühe, bevor sie down sind. Das heißt, bevor sie festliegen, kriegen wir schon frühzeitige Indikatoren und Anzeigen. Und wir wissen, welche Kühe haben zu wenig gefressen. Das heißt also, für die Melkenden, für die Kalbinnen und dann auch für die, die im Ausgleich eben drin sind. So, das Ganze dargestellt hier mal ganz schnell in Inaktivität. Das ist eine Inaktivitätskuh, also die nichts gemacht hat in dem Level. Ist normal, absolut normal, denn hier ist ein ausgeglichener Aktivitätslevel erkennbar. Eine Stillbrunst, eine aufsprüngende Kuh, die Aktivität geht hoch, die Inaktivität geht zurück. Also eine Stillbrunst. Diese Kuh hier hat hier einen extremen Anstieg in der Inaktivität und starken Rückgang in der Aktivität. Wiederkauen und Fressen geht ebenfalls zurück. Das heißt, hier wird der Landwirt jetzt mit seinem Wissen gefordert, schnell zu reagieren und dort eine Behandlung durchzuführen. Oder Prophylaxe. Das bedeutet, wenn Sie beispielsweise hier dieses Bild hier vorne schon mal sehen und haben dort einen Verlauf, dann können Sie diesen Verlauf und das Profil, das Bild nutzen und hier anwenden mit dem richtigen Medikament. Heißt, wenn Sie ein Sensorsystem einsetzen, gibt es für jedes Ereignis, was Sie haben, wie bei Brunzen und auch Erkrankungen, Labman, Ketosen, Acidosen, Stafaureus und so weiter, typische Profilbilder, die Sie dann nutzen können, um dann Entscheidungen schneller zu tätigen.